Customer, der gefällt mir, die unterschiedlichen Möglichkeiten mit den verschiedenen Partnern in Kontakt zu treten. Man kann sein Netzwerk ausweiten. Das Interessante ist, dass die einzelnen Themen sehr praxisnah sind und dementsprechend auch die Lösungen. Also fachlich bringt ja alles das mit, was man braucht. Es ist halt wirklich ein partnerschaftliches Zusammen. Ich habe, glaube ich, keinen Tapp-Mitarbeiter kennengelernt, der nicht für sein Thema brennt. Ich habe, glaube ich, keinen Tapp-Mitarbeiter.